Meine Damen und Herren, willkommen zu meiner neuen Rubrik Fragen, die die Welt nicht braucht Fragen, die die Welt nicht braucht Fragen, die die Welt nicht braucht Wenn ein Raumschiff nur mit Frauen besetzt ist, ist es dann unbemannt? Wie lange muss eine Katze trainieren, um Muskelkater zu bekommen? Gibt es in einer Teefabrik Kaffeepausen? Wenn die Stiftung Warentest, Vibratoren testet, ist dann befriedigend besser als gut? Wenn ein Schäfer seine Schafe verhaut, ist er dann ein Mähdrescher Warum muss man beim Hellseher einen Termin haben? Warum werden eigentlich Rundschreiben in eckigen Briefumschlägen verschwitzt? Ist eine Gesichtscreme, die 20 Jahre länger machen soll, lebensgefährlich, wenn man erst 19 ist und sie abträgt? Darf sich ein Mann, der sich im Ruhestand befindet, nachts hinlegen? Warum ist ein Kreiskrankenhaus nicht rund? Darf man eine Tagesdecke auch nachts benutzen? Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in den See sticht? Darf man in einem Schaltjahr Automatik fahren? Warum muss ich, um Windows zu beenden, auf Start drücken? Ist Lattenrost eine Geschlechtskarte? Wenn Katholiken auf eine Demo gehen, sind das dann Protestanten?